Oh, es gibt schon drei Member. Geil. Wolfhammer, Tommy, Perlmann, DeMarcus Young. Oh, das will der Armer. Hm, keine Ahnung, Mann. Was haben die Medics gesagt, Neck? Wie lange die brauchen? Haben sie nicht gesagt. Oh, und der nächste. Und der nächste. Super. Ich schicke dann mal noch ein Dispatch raus. Ach, du Scheiße. Ich stehe jetzt aber auch nicht super, Mann. Da kommt kein Medic durch, Mann. Oh, oh, oh. Ja, hau nochmal drauf, Mann. Ich mochte die voll. Krieg mal dich unter Kontrolle, Mann. Entschuldigt. Das war, ich bin, das bin ich nicht gewohnt. Warum liegen hier? Hier standen einfach zu viele LKWs. Dann ist der eine LKW, hat den anderen LKW weggeschubst. Dann kam der nächste LKW dazu. Und dann lagen zwei Stück auf dem Boden. Okay, also kosmische Interferenzen quasi. Ja. Ich glaube, die haben außen irgendwie Airbags außen verbaut, Mann. Boah, Scheiße. Dich hat's hart erwischt, Mann. Das ist jetzt so sehen, Mann. Da kann man ein LKW und auf einmal du... Weeeeee. Puh. Ach, du Scheiße. Hi, auf einmal danke dir. Ja, kein Problem, Mann. Ich hab schon lange keine LKW. So, Peace. Yo, was geht? Good up, ja. Yo, ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt, aber ich bräuchte was zum Rauchen, Mann. Ey, fuck, haben wir noch was? Ich glaube, wir haben leider nichts. Scheiße. Bufi hat bestimmt noch. Ich glaube, der kann mich noch machen. Ja, aber so... Du musst mal kurz warten, bis hier jemand von uns wachen wird. Okay, alles klar. Ja, Mann. Ja, aber ich glaube, ich chill mich da mal darüber, so lange. Alles klar. Alles klar. Wolltest du nicht vorhin noch Joints haben? Ja, wieso? Habt ihr jetzt was, oder was? Der da mit Oberkörper frei steht. Zu dem musst du gehen, der dreht gerade noch die Joints und dann kannst du die abnehmen. Okay, super, Mann. Danke, Mann. Kein Thema. Jo, Mann, was geht? Was zum Rauchen hab ich geglaubt, Mann? Was? Also 600. 600? 600. Achso. 600. Was brauchst du denn, Mann? Was zum Rauchen, Mann. Was zum Rauchen, Mann? Wie viele wirst du denn haben, Mann? Kommt davon, was der Preis ist, Mann. Was denkst du denn, wie der Preis ist? Was wirst du denn bezahlen? Scheiße. Hast du gerade gehört? Ich weiß nicht, Mann. Ja, wenn du mehr, können wir ein bisschen billiger machen, Mann. Jo, ich würde mal erstmal zwei kaufen, Alter. Ja, machen wir 1.000 für zwei. 1.000 für zwei? Jo. Okay, Mann, können wir so machen. Also hier den zwei. Hier, bitte, Mann. Dankeschön, ne? Ja, auch kein Ding. Jo, ich weiß aber nicht, wo wir da vorne parken können, ne? Ja, keine Ahnung. Stell dich dort einfach irgendwo hin, ne? Hauptsache, der Auto ist abgesperrt. Wenn die Cops ein Problem haben, dann geben sie eh Bescheid. Jo. Aber guck, die stehen alle mitten am Strand. Wo sind die denn? Rechts von uns, oder? Rechts, ja. Jo, geil. Ich hoffe nur, ich fahre in kein Rhein, Mann. Jo, da sind wir. Okay, Dogi, dann gucken wir uns das mal an. Oh, scheiße, meine Tür. Oje, oje. Jo, was geht? Jo, was geht? Macht ihr eine Strandparty, oder was? Ja, Spontanität ist alles. Ja, geil, Mann. Ja, was, Mann? Vielleicht, wer tanzt hier war denn das? Moment. Ey, wenn meine Frau das nicht mehr macht, okay. Jo, Bruder, Mann, kannst du bitte... Moment. Einer muss, pick immer da. Jo, ich glaube, steppen sollte man dazu auch nicht, Mann. David? Guck, guck dir, guck dir den Namen. Und mein, ich meine, ich habe flotte Füße. Ganz flotte Füße. Aber bist du so Seelü gedreht, oder was, Mann? Fang. Nein, 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 nein. Danke. Herr Doc vom ACS, ich kann dich helfen. Ja, wunderschön guten Tag, Young hier. Ja, ich befinde mich gerade am Strand und ich glaube, mein Auto ist kaputt, Mann. Ja? Ja. Du glaubst, oder du weißt? Zumindest kann ich es nicht mehr aufschließen, Mann. Auch, du kannst es... Moment, Moment, jetzt pass auf, jetzt wird es interessant. Du kannst das Auto nicht aufschließen. Ja, genau. Ja, da kann ich aber nichts dran machen, weil ich kann auch keine Schlossack knacken. Ja, aber ich glaube, es ist kaputt, Mann. Deswegen kann ich es nicht aufschließen, oder? Nee, ich glaube, es hat andere Ursachen. Okay. Weißt du, ob welche Ursache das hat? Nee, keine Ahnung, Mann. Deine Sonnenbrille ist so dreckig, dass du nicht mehr den richtigen Schlüssel erkennst. Oh, scheiße. Denkst du, da hilft ein Powernap oder sowas? Ich denke, da hilft einfach mal die Sonnenbrille putzen. Dann erkennst du auch den richtigen Schlüssel wieder und dann geht dein Auto auch wieder auf. Okay, super. Dankeschön. Ja, alles klar. Tschüss. Jo, ciao. Danke, Herr Megon. Heute ist es den Umsonsttag. Oh, danke schön. So, da hat er neue Kunden gekriegt ein Gewerbegeschenk. Jo, danke, Mann. Die Ritz haben wir drei Stück. Ich warte noch. Jetzt geh mal zu mir mit. Oh, du kannst doch so nicht swimgen, Amigo. Oh, sieh. Was machst du da? Ich darf das machen jetzt. Hör mal auf, Chit. Ich war jetzt wieder hierhin. Dann ballert das richtig in der Sonne. Amigos. In das Gülen-Nars-Bühne. Ja, warte doch ab, Mann. Ja, sonst sonst... Oh, nee. David. Pamela. Jetzt der Liegste, der gleich erträgt. Er ist aber weit gekommen, würde ich sagen. Er erträgt. Übermorgens Rap-Battle. Da musst du barberhaft hin. Na. Ding, Franky habe ich doch gar keine Sons, Amigo. Nein, nee. Der wird ja überwiegend sowieso Holler nicht schicken. Jo, habe ich da gerade was Rap-Battle gehört, Mann? Ja. Echt, oder? Kannst du Freestyle, denn? Freitag oder Samstag, ne? Ein bisschen, Mann. Ja. Amigo, hau raus. Jetzt? Ja, Mann. Ja, Freestyle. Ja, Mann. Hat jemand denn den Beat für ihn? Ja, Mann. Gib mal einen Beat, Bruder. Da hast du einen Beat. Das kommt da jetzt. Glaubst du mal. Ja, warte, bis der Beat einsetzt, Mann. Okay. Yeah. Boah, der ist geil, Mann. Okay. Sie wollen Fame, doch kommen nicht auf mein Niveau. Bekannt, wie sie dumm hat, sieht mich bald im Kino. In meiner Stadt kennt mich jeder, dann rammt früher Shisha. Heute blant in der Hand, mit Shisha am Strand. Yeah. Das geht ab. Ich mach die Bitches voll platt. Yo. Ich bin hier chillen. Ja, Mann. Ich bin den Beat gerade am killen. Yo. Mit meiner Mütze auf dem Kopf wird der Tabak in den Joint gestopft. Yeah. Und ich häng hier ganz schön ab. Alle werden hier ganz schön vorm Innast gemacht. Yeah. Der Strand, der ist schon geil. Denn die Sonne, die hat die übel Style. Yeah. Und das war mein richtiger Freestyle. Wenn du mollst, dann kriegst du noch einen Kick auf Schienbein. Yo. Das war jetzt nur ein kleines bisschen improvisiert, Mann. Riecht schlecht. Riecht gut, Amigo. Du sollst jetzt auf jeden Fall da hingehen. Ja, wenn du dich ein bisschen vorbereitest nach so ein bisschen vorher. Ich bin schon warm. Ich kann dich auch. Kann ich bestimmt machen.